In diesem Video. Tief in einem kleinen Wald, verdeckt von Bäumen und Sträuchern, taucht wie aus dem Nichts dieser Geisterzug auf. Eine geheimnisvolle und mystische Aura trat hervor, als sich der von grünlichen Schimmer umhüllte Zug vor uns auftat. Doch etwas stimmte nicht damit. Er ist seit langer Zeit verlassen, als ob er nur noch von Geistern gesteuert wird. Und wenn man sich dann überlegt, wie damals die Menschen hier ein- und ausgegangen sind, wenn die Wände reden könnten, was die alles zu sagen hätten. Ich kann da eben ein Messer erkennen, ein bisschen Eichellaub. War das ein militärischer Zug? Schön, wie das hier drin aussieht. Was ein außergewöhnlicher Lost Place. Was ist die Geschichte hinter diesem Zug? Warum steht er Jahrzehnte nach seinem letzten Halt auf den verlassenen, vor sich hin rostenden Gleisen? Vielleicht liegen die Antworten verborgen im Schatten tief in den Geheimnissen des Geisterzuges begraben. Wir sind immer noch in Belgien auf unserer Lost Place Tour. Und es kann ja auch nicht immer nur Häuser geben oder Fabriken, die verlassen sind, sondern es gibt hier einen verlassenen Zug im Wald. Und warum dieser Zug dort steht, kann ich euch leider nicht sagen, aber es ist ein wirklich sehr interessantes Objekt und ist auch mal was anderes. Also ich würde sagen, wir schauen es ihn einfach mal an. Eine kurze Geschichte zu dem Weg hierhin. Wir wollten natürlich so unauffällig hier wie möglich parken. Dort ist unser Reisebus und wir wollten auf dieser Fläche beim matschigen Boden wenden. Wie man sehen kann, ist das Ganze schon ziemlich arg in die Hose gegangen. Wir haben hier festgesteckt im Schlamm mit dem 3-Tonnen-Auto und sind tatsächlich nicht mehr rausgekommen. Paul, Ben und ich sind dann runtergegangen. Hier ist zum Glück in der Nähe ein kleines Dörfchen und haben einen netten Bauarbeiter gefunden, der gerade an einem Haus werkelt. Der hat uns dann mit seinem Toyota Geländewagen hier raus manövriert. Und auch hier nochmal herzlichen Dank dafür. So konnten wir raus, haben wieder eine Sorge weniger und können nun zu diesem verlassenen Zug gehen. Auf diesem zugewachsenen Weg geht es lang Richtung Zug. Er befindet sich irgendwo da hinten im Wald. Man kann schon leicht die Form der alten Bahnschiene erkennen, wo der Zug stehen soll. Die Bäume sind geradlinig aneinandergereiht. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass es ja irgendwie eine Straße mal gewesen sein könnte oder hier in dem Fall Schienen. Dann geht es in diesen mystischen Wald rein. Schaut euch mal an, wie das Efeu hier die Bäume umbrechst. Alles voller Klee. Es grenzt schon fast an einem Dschungel. Und hier geht der Hang nach unten. Also müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht auf die Schnauze legen. Im schlimmsten Fall kann man sich immer was brechen bei sowas. Man sollte immer schräg gehen. So hat man wesentlich mehr, als wenn man gerade geht. Und hier unten sieht man so eine Art Kuhle. Hier sind früher mal die Bahnstrecken hergegangen. Leider muss ich sagen, gibt es hier sehr viel Müll. Ich schätze bald irgendwelche Anwohner in Sonja einfach regelmäßig ihren Müll, schmeißt es in die Natur. Unverständlich. Ist der einfache Weg, das ist wahrscheinlich der Grund. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr macht, wenn ihr seht, dass einer Müll in die Natur schmeißt. Schreibt es dafür einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Der Zahn der Zeiten nagt auch hier an der Erde. Wie wir sehen, es gab hier schon einige Erderutsche. So ein Lost Place in der Natur. Traumhaft. Auf dem Boden sind die Überreste einer Mauer. Hier sieht man die ganzen Steine, wo die Gleise drauf waren. Vor uns gehen da hat Paul und Tobi, die auch bei dieser Tour mit dabei sind. Hier werden die Bäume wieder dichter. Oh, was haben wir denn hier auf dem Boden? Irgendein Teil von einem Schädel, von irgendeinem Tier. Man kann nicht mehr erkennen, was es war. Die Knochen liegen überall verteilt. Da ist aber auch nochmal so eine Rippe, glaube ich. Was hier im Busch wohl alles so wohnt. Wie die Natur sich hier alles schon zurückgeholt hat. Von Menschenhand erschaffene Bahnschienen holen sich die Natur einfach zurück. Im Hintergrund sind schön die Berge zu sehen. Teile von den Ardennen. Irgendwie fühlt man sich frei, wenn man so ein bisschen in der Natur ist. Und zwischen dem Busch tut sich langsam der erste Waggon auf. Hier sehen wir dann das erste Teil, das normalerweise an Parkplätzen, sag ich mal, für Züge steht, damit die nicht weiterfahren oder rollen. So wie das aussieht, haben die einfach Bahngleise zusammengeschweißt und das dann so benutzt als Prellbock, Rambock. Auf der anderen Seite haben wir die Schienen, die enden dann irgendwo da unter den Blättern. Und dann schauen wir uns mal diesen Zug an. Wie vermodert das Ganze schon ist. Dieser ganze Gasterzug muss schon ewig hier stehen. Schaut euch mal den Zugang zu dem Zug an. Wahnsinn, alles verschweißt leider. Von der Seite kommen wir nicht rein. Schaut euch an, wie lang dieser Zug ist. Und der steht einfach hier rum. Der Lack blättert schon hier ab vom Zug. Da drunter ist alles rostig. Unten drunter sehen wir die Federung und die Räder. Da kommen sogar noch ein bisschen Öl raus. Die Pflanzen wachsen schon langsam über die Geleise. Ein Traum. Wenn wir weitergehen, gibt es hier irgendwie so einen Kasten. Was haben wir denn hier? Hier war die ganze Elektrik drin, die wahrscheinlich den Waggon mit Strom versorgt hat. Schaut euch mal an diese alte Schaltung hier. Wahrscheinlich waren auch dort mal Hebel dran. Und in der Tür steht irgendwas geschrieben. Ich kann das Ohnzeichen dort erkennen. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat. Und hier unten drunter befindet sich irgendwas mit einem Riemen. Und was ist das? Also ein Motor, der das antreibt, ist das glaube ich nicht. Es muss aber so eine Art Motor sein. Kann das sein, dass das die Lichtmaschine ist, die dem Waggon Strom gegeben hat? Denn das Ganze hier wurde ja angetrieben mit einer Dampflok. Aber wenn ich falsch liege, könnt ihr mir das gerne sagen. Auf jeden Fall geht der Riemen da hinten drauf, auf die Riemscheibe, die auf die Achse weitergeht. Ich bin auch nicht der große Zugenthusiast. Aber das ist trotzdem sehr interessant und mal schön sowas zu sehen. Hier steht irgendeine Zahl, K1B22020. Das ist dann wahrscheinlich die Waggonnummer. Leider sind auch diese Türen alle zugeschweißen worden. Gucken wir mal diese alten Henkel an. Und wenn man sich dann überlegt, wie damals die Menschen hier ein- und ausgegangen sind, in diesen Zug, was für Leute der befördert hat. Wenn die Wände reden könnten, was die alles zu sagen hätten. Wir sind überall auf der anderen Seite des Zuges. Schauen wir uns das mal an. Wie schief der Zug einfach steht. Seht ihr das? Der sackt immer weiter nach da ab. Vielleicht fällt er ja irgendwann um. Auch diese alten Verstaumöglichkeiten. Für irgendwelches Werkzeug oder sowas. Und hier gibt es einen Eingang in den Zug. Seht ihr das? Hier ist es nicht zugeschweißt worden. Oder irgendeiner hat es aufgemacht. Ich schaue mal, ob ich da reinkomme. Wow, Leute, guck dir das an. Hier sind sogar noch die alten Bänke in diesem Zug. Wahnsinn. Man fühlt sich sofort in der Zeit zurückgesetzt. Da wollen wir mal reingehen. Was ist das hier? Du es da. Als erstes gucken wir, was hier an der Tür steht. Tour ferme, niet openen, vor der Trainstil start. Und open ouvert. Wo ich jetzt hier so drin bin, stelle ich mir das wirklich vor wie damals. Was man aus diesem ganzen Schwarz-Weiß-Film kennt und so weiter. Oder irgendwelchen Dokus. Traumhaft. Das ist echt was Seltenes. Dass hier sogar noch die Sitzbänke drin sind. Damit hätte ich ja wirklich nicht gerechnet. Und da sehen wir dieses alte Rad. Ich glaube, das wurde für die Bremse benutzt, oder? So eine Art Handbremse. Schaut euch mal diese alten Bänke an. Und das ist sogar noch das Zeichen von dem Betreiber. Ich kann da eben ein Messer erkennen. Ein bisschen Eichellaub. War das ein militärischer Zug? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na ja, schauen wir mal weiter ins Dunkle rein. Und schauen wir euch diese alten Gelegenheiten an. Aus Holz. Ein wenig Nostalgie spüre ich tatsächlich die alten Gepäckablagen über dem Kopf. Und wenn man sich vorstellt, sich hier zu sitzen, in der Zuge fahren, am Ende ein bisschen hart. Aber man muss das ganz einfach mal irgendwie auf sich wirken lassen. Und hier oben diese alten Lüftungsschlitze. Ja, funktioniert sogar noch. Wahnsinn. Wie die Leute mit ihren Koffern hier entlang gelaufen sind, weil sie schnell raus mussten. Oder die freudigen Kinder, die das erste Mal Zug gefahren sind. Man kann sich hier echt sehr viel vorstellen. Auf der Seite sehe ich noch diese alte Notbremse. Ich glaube zumindest, dass es eine ist. Und dann konnte man die ziehen. Und das war das Notbremsesystem. In diesem Zug. In diesem Waggon. Dann gehen wir weiter in die Dunkleheit. Und diese Schiebetür kann man sogar noch zumachen. Seht ihr das? Nein, nicht mehr ganz, aber trotzdem. Sehr cool. Was haben wir hier für einen Bereich? Boah, hier sind noch Schränke drinne. Boah, das ist ziemlich eng hier. Die alte Elektronik von dem Waggon ist hier hinter. Schaut euch das an. Ich kann da gar nicht so weiter rumschwenken, weil das so eng ist. Die alten Leitungen hängen da noch dran. Was haben wir da? Laternen. Also die Lichtschaltung für den Waggon. Und dann gegenüber die alte Toilette. Wahnsinn. Nur Verfall. Kein Schrott. Schaut euch das an. Das alte Klo mit der Holzbrille. Und das Waschbecken war mal an der Stelle. Da hängt aber nur noch der Seifenspender. Dann gehen wir kurz nochmal durch den Zug. Schön, wie das hier drin aussieht. Ich kann es nur immer wieder betonen. Was ein außergewöhnlicher Lost Place. Hier ist jetzt das Ende. Das heißt, wir müssen raus und gehen weiter zur Lok. Ich würde echt mal interessieren, was für ein Zug das war. Ob das ein normaler Personenzug war oder etwas Militärisches. Was anhand des Zeichens eventuell möglich ist. Was wir gesehen haben auf der Bank. Gehen wir mal weiter und schauen uns die Loks an. Und hier tut sich die erste Lok auf. Auch wie diese Lok schon zugemodert ist. Das ist schon mal für ein Name. Was sehe ich da? Das ist Affair Nummer 2. Und dahinter steht noch irgendwas im Weiß. Das kann ich aber nicht mehr erkennen. Der dampfvertriebene Antrieb. Ziemlich kantiges Design. Jetzt befinden wir uns im alten Steuerstand. Leute, wie interessant. Wie vergammelt das alles schon ist. Vor uns sehen wir den Heizkessel. Den alten. Da haben wir hier damals die Kohle noch reingeschüttet. Hier wurde ein Teil ausgeschnitten. Jetzt können wir auch mal das Innenleben bewundern. Von so einem Kessel. Wie viele Schrauben das Teil hat. Seht ihr das? Und in dem Kessel wurde dann der Wasserdampf erhetzt. Das ist die Brennkammer. Und dahinter sind die ganzen Rohre. Wo wahrscheinlich das Wasser durchgelaufen ist. Und damals hat das alles rein mechanisch funktioniert. Es war kaum Elektronik hier im Zug. Zu sehen ist das an diesen ganzen Hebeln. Die es hier gibt. Hier vorne sehen wir den Kessel. Wo dann der Wasserdampf rauskam. Und die Lok angetrieben hat. Dann hat sich das nach oben und unten bewegt. Und hat der Lok Dampf gegeben. Wahnsinn, wie viele Wasserrohre das hier hatte. Und vor der kleinen Dampf-Lok steht dann dieser Trümmer. Seht euch mal die enorme Größe dieser Lok an. Hier wurde die Kohle drauf gelagert. Stellt sogar noch was drauf. Irgendwelche Daten stehen da drauf. Und ein Datum haben wir. Der 15.10.92 und den 5.5.93. Und das ist sogar eine deutsche Lok. Seht ihr das? Diese Lok war für längere Strecken gedacht. So wie das aussieht. Und wie man es kennt. Diese typischen roten Rahmenverkleidungen unter dem Zug. Diese fetten Blattfedern. Traumhaft. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir diese riesigen Räder. Die sind fast genauso groß wie ich. Wie die schon am Verfallen sind. Der ganze Lack blättert ab. Das war alles mal rot. Und was für ein Krach so eine Dampf-Lok immer macht. Dieses Geräusch. Wenn der Dampf aus dem Kessel kommt. Und dann diese Lok von vorne. Monströs sieht das aus. Kurz von der anderen Seite einmal geschaut. Das ist einfach nur ein riesiges Ding. Wie der Rost schon an dieser Lok nagt. Guckt euch das an. So was sieht man sonst meistens nur im Fernsehen. Dieser Steuerstand von dieser Lok. Dieser riesige Kessel, wo die Kohle reingeschüffelt wurde. Auf den Boden müssen wir ein bisschen achten. Schließlich weggerostet das Ganze. Diese alten, verrosteten Rohre. Die Wasser transportiert haben. Hinter uns der Kohlewagen. Der voller Kohle war. Und wie heiß das Ganze hier gewesen sein muss. Kaum vorzustellen. Und die einzige Aussicht nach draußen. Na dieses Fenster. Also viel hat man hier nicht gesehen. Jetzt fällt mir gerade ein. Das war nicht nur Kohle, Tank. Sondern unten drunter hat auch Wasser gehabt. Natürlich brauchte man hier auch Wasser, um die Dampflock anzutreiben. Ohne Wasser geht sich. Mit nur Kohle funktioniert das Ganze nicht. Kann man sich ungefähr vorstellen wie ein Benzintank beim Auto. So war das hier mit dem Wasser. Und riecht es auch noch so ein bisschen vermodert, verbrannt nach Kohle. Ach, traumhaft. Oben drüber ein Schrank, wo irgendwie Ersatzzahlen oder Werkzeug drin gelegen haben müssen. Vielleicht auch die persönlichen Gegenstände des Lokführers und des Kohleschäuflers, wie auch immer der heißt. Das hier ist wirklich was Besonderes. Und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Das ist ein Ort, etwas, was man sehr selten sehen kann. Und ich froh bin, sowas filmen zu dürfen. Man kann nicht immer nur Häuser oder Fabriken oder sowas filmen. Auch sowas gehört zum Urbexen dazu. Dieser Verfall. Einfach traumhaft. Ganz interessant war natürlich auch dieser Waggon, wo wir reingehen konnten und diese alten Holzsitze, dieses alte Innenleben betrachten durften. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Wenn einer weiß, wie diese Lokomotive heißt oder was das für ein Modell ist oder sowas, kann es natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob das einer von euch kennt. Wenn ihr weitere spannende Lost Places Video sehen wollt, schaut gerne in meiner Playlist nach oder in der YouTube-Suche unter Urbanist Country. Dort findet ihr sehr, sehr spannende und interessante Locations. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.